In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man Logarithmusgleichungen lösen kann, und zwar mit dem natürlichen Logarithmus, oder abgekürzt ln. Für den Anfang machen wir einen kurzen, aber wichtigen Zwischenstopp bei den Grundlagen. Die erste Grundlage, die euch klar sein sollte, ist die Tatsache, dass ln von x die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion e hoch x ist. Diese Aussage bringt ein paar Vorteile mit sich, die ihr bereits bei der Exponentialgleichung kennengelernt habt und natürlich auch für die Logarithmusgleichung hilfreich sind. Zur Erinnerung, wenn ihr zum Beispiel eine Exponentialgleichung dieser Art lösen wollt, also e hoch x ist gleich 2, dann müsst ihr, um die e-Funktion wegzubekommen, logarithmieren. Das sieht dann offiziell so aus, also auf beide Seiten wird logarithmiert, und auf der linken Seite, nach einer bestimmten Logarithmenregel, lösen sich die ln und die e-Funktion gegenseitig auf und damit habt ihr dann einfach nur x ist gleich ln 2. Eine kleine Bemerkung an dieser Stelle, dieser Zwischenschritt hier könnt ihr natürlich auch weglassen. So ähnlich läuft es auch bei den Logarithmusgleichungen. Wir haben hier zum Beispiel diese Logarithmusgleichung ln von x ist gleich 2 und natürlich müssen wir die ln-Funktion wegbekommen, damit wir eine Lösung für x rauskriegen. Das machen wir durch Exponieren. Exponieren heißt, wir schreiben beide Seiten in e-Hochform auf. Das sieht dann offiziell so aus. Und auf der linken Seite lösen sich vereinfacht gesehen die e- und die ln-Funktion wieder gegenseitig auf und somit haben wir unsere Lösung. x ist gleich e hoch 2. Übrigens, dieser Zwischenschritt, wo sich die e- und die ln-Funktion gegenseitig auflösen, könnt ihr natürlich wieder überspringen. Übrigens, was ihr hier links und rechts seht, ist das typische Verhalten einer Funktion in ihrer Umkehrfunktion. Deshalb funktioniert das Ganze wunderbar in beide Richtungen. Und noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Diese Schreibweise fürs Exponieren, was ich bei der Gleichung auf der rechten Seite benutze, existiert nicht wirklich. Das ist nur meine Art und Weise hier in diesem Tutorial darauf hinzuweisen, dass ich die Gleichung exponiere. Im Normalfall müsst ihr gar nicht dazu schreiben. Ihr macht es einfach. Und es gibt noch eine Grundlage, die sehr wichtig ist für das Lösen von logarithmischen Gleichungen. Und zwar der Definitions- und Wertebereich der ln-Funktion. Und dafür schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer das Schaubild der lnx-Funktion an. Ihr seht also hier rechts das Schaubild der natürlichen Logarithmus-Funktion. Und wenn man von Definitionsbereich redet, dann meint man damit natürlich die x-Werte, die man dieser Funktion einsetzen kann. Und so wie ihr erkennen könnt, können nur positive x-Werte eingesetzt werden. Das kann man wieder so andeuten, wenn man d gleich r plus schreiben, also alle reelle positiven Zahlen. Oder wenn es euch lieber ist, könnt ihr das Ganze auch so darstellen in Intervallschreibweise. Also alles von 0 bis unendlich. Merkt euch bitte, die 0 ist natürlich nicht dabei. Außerdem gibt es natürlich noch den Wertebereich. Der Wertebereich ist ein bisschen flexibler. Und zwar er geht von Minus bis Plus unendlich. Also das sind die y-Werte, die die ln-Funktion annehmen darf. Und das Ganze kann man so schreiben. Mit w ist gleich r. Und wenn wir sowieso das Schaubild der ln-Funktion vor den Augen haben, wäre es natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir uns an zwei besonderen Werte der Logarithmus-Funktion erinnern. Einen besonderer Wert könnt ihr ganz gut hier am Koordinatsystem erkennen. Und zwar an der Stelle 1 ist die ln-Funktion 0 oder nimmt den Wert 0 an. Und es gibt noch einen weiteren besonderen Wert. Und zwar an der Stelle e. Zur Erinnerung, e ist ungefähr 2,7. Nimmt die ln-Funktion den Wert 1. Also das ist der zweite besondere Wert der ln-Funktion. Es ist nicht verkehrt, wenn man sich mit der Zeit dieser zwei besonderen Werte merkt. Und hier sind unsere ersten zwei Beispielaufgaben. Damit ihr diese Gleichung besser einschätzen könnt, werde ich hier daneben immer den Schwierigkeitsgrad einblenden. Also jetzt wisst ihr Bescheid, das sollen einfache Aufgaben sein. Wenn wir uns jetzt die linke Gleichung ein bisschen genauer anschauen, solltet ihr am Anfang auf jeden Fall auf die Idee kommen, diese 3 vor dem ln wegzubekommen. Also die bringen wir auf die andere Seite mitgeteilt rüber. Und dann haben wir ln von x-1 ist gleich 3 geteilt durch 3 ist natürlich 1. Dann müssen wir natürlich exponieren. Also ich deute das wieder auf diese Weise an. Entsprechend haben wir dann auf der linken Seite nur noch x-1 stehen. Und auf der rechten Seite haben wir dann e hoch 1. e hoch 1 ist natürlich e. Und dann am Ende nur noch die minus 1 rüber mit plus 1. Und somit ist x gleich e plus 1. Und es scheint an dieser Stelle alles schon erledigt zu sein. Allerdings könnt ihr euch nicht sicher sein, ob diese Lösung auch tatsächlich gültig ist, bis ihr nicht den Definitionsbereich bestimmt oder die Definitionsmenge. Das heißt, bei jeder logarithmischen Gleichung ist es empfehlenswert, auch die Definitionsmenge zu berücksichtigen. Und das machen wir natürlich hier auch. Also, wir erinnern uns, ln ist nur dann definiert, wenn dieser Term in den Logarithmus größer als 0 ist. Deswegen schnappen wir uns diesen Term. x-1 und wir wissen, es muss größer als 0 sein. Also es gibt diese kleine Ungleichung, die wir hier an dieser Stelle lösen müssen. Wir bringen die minus 1 rüber und somit haben wir schon x ist größer als 1. Gut, das kann man natürlich auch noch so schreiben. d ist gleich alles von 1 bis unendlich kommt für uns als Lösung in Frage. Und wenn wir jetzt auf unsere Lösung schauen, okay, da ist ein e dabei. Zur Erinnerung, e ist ungefähr 2,7. Deshalb könnt ihr sagen, okay, 2,7 plus 1 sind ungefähr 3,7. Also, diese Lösung wäre tatsächlich in diesem Definitionsbereich. Von daher ist alles in Ordnung und damit ist die Gleichung gelöst. Und jetzt schauen wir uns die zweite Aufgabe an. Wir fangen natürlich gleich mit der Definitionsmenge. Und hier wäre sie relativ einfach. Wir haben in beiden Logarithmen nur ein x stecken. Deshalb x muss größer als 0 sein und somit d gleich r+. Dann kümmern wir uns natürlich um die Lösung dieser Gleichung. Wir erkennen hier ein Produkt aus zwei Themen, was 0 ergibt. Deshalb verlangt das Ganze diesen sogenannten Satz vom 0-Produkt. Und das deute ich jetzt mal so an. Also, entweder kann die linke Seite 0 werden. Also, kurz gesagt, ln x gleich 0 oder die rechte Seite. ln x minus 3 ist gleich 0. Auf der linken Seite müssen wir natürlich wieder exponieren, damit ln verschwindet. Somit haben wir x ist gleich e hoch 0. Und zur Erinnerung, e hoch 0 ist eigentlich 1. Deshalb wäre das unsere erste Lösung. Und auf der rechten Seite müssen wir noch ein bisschen umformen. Das heißt, erstmal plus 3 haben wir entsprechend ln von x ist gleich 3. Erneut exponieren. Und somit lautet die zweite Lösung x hoch 2 ist gleich e hoch 3. Beide dieser Lösungen liegen in unserer Definitionsmenge. Von daher sind das gültige Lösungen. Und hier sind die nächsten zwei Aufgaben. Die würde ich persönlich im besten Fall als mittelschwer einstufen. Wir schauen natürlich wieder auf die erste Gleichung, links. Und da haben wir x mal ln von x ist gleich 0. Wir fangen erneut mit der Definitionsmenge an. Im ln haben wir nur ein x. Deshalb kommen wieder alle positive Zahlen für uns in Frage. T ist gleich r+. Und jetzt kümmern wir uns um die Lösung dieser Gleichung. Auch hier erkennen wir auf Anhieb ein Produkt aus zwei Themen, was 0 ergibt. Das verlangt dann wieder dieser Satz vom 0 Produkt. Also, linke Seite 0 setzen. Ganz easy. x1 gleich 0. Rechte Seite gleich 0 setzen. Dann hätten wir ln von x ist gleich 0. Nachdem wir das Ganze exponieren, haben wir dann x ist gleich e hoch 0. Beziehungsweise x ist gleich 1. So, sieht alles gut aus. Allerdings müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wenn ihr jetzt diese zwei Lösungen mit unserer Definitionsmenge vergleicht, dann merkt ihr, dass die eine Lösung, x1 gleich 0, gar nicht drin ist. Also, nur die positiven Zahlen, die natürlich größer als 0 sind, kommen in Frage. Deshalb ist dieser x gleich 1 die einzige Lösung für diese Gleichung. Bei der Aufgabe 4 fangen wir natürlich auch zuerst mit der Definitionsmenge an. Und hier sieht es nicht so einfach wie auf der linken Seite aus. In erster Reihe müssen wir gewährleisten, dass unser Logarithmus existiert. Deshalb 1 minus x muss größer als 0 sein. Formen ein bisschen um. Zum Beispiel das minus x kann man auch rüberbringen mit plus x. Dann haben wir 1 ist größer als x. Oder, wenn es euch besser gefällt, x ist kleiner als 1. Aber das ist nicht unser einziges Problem. Und zwar, wenn das Logarithmus existiert. Jetzt gibt es noch ein kleines Problemchen. Das Logarithmus kann ja auch negative Werte annehmen. Und dann haben wir ein weiteres Problem mit der Wurzel. Wir können ja nicht Wurzel aus negativen Werten ziehen. Deswegen müssen wir auch noch voraussetzen, dass dieser ln von 1 minus x größer gleich 0 sein muss. Sonst können wir nicht die Wurzel ziehen und existiert die Gleichung wieder nicht. Okay, diese seltsame Ungleichung können wir natürlich wieder mit exponieren lösen. Dann haben wir entsprechend 1 minus x ist größer gleich e hoch 0. Zur Erinnerung, e hoch 0 war 1. Dann kann ich die andere 1 auch rüberbringen mit minus 1. Und dann habe ich minus x größer gleich 1 minus 1 ergibt 0. Und wenn ich das Ganze mal minus 1 nehme, dann haben wir x ist kleiner gleich 0. Zur Erinnerung an dieser Stelle, für den Fall, dass es vergessen wurde, wenn man eine Ungleichung in eine negative Zahl multipliziert oder teilt, dreht sich immer das Ungleichzeichen um. Deshalb habe ich auch hier am Ende dann x kleiner gleich 0. So, jetzt. Was heißt das für unsere Definitionsmenge? Naja, einmal haben wir hier an dieser Stelle x soll kleiner als 1 sein. Und dann x soll kleiner gleich 0 sein. Also, die Bedingung, die am meisten einschränkt, ist natürlich die rechte. Das bedeutet, unsere Definitionsmenge wäre dann alles von minus unendlich bis 0, wobei die 0 dabei sein darf, weil wir können natürlich Wurzel aus 0 ziehen. Deshalb diesmal eine eckige Klammer hier an dieser Stelle. Und jetzt können wir uns endlich um die Lösung dieser Gleichung kümmern. Ich blende sie hier nochmal ein. Die erste Sorge, die wir haben, ist natürlich die Wurzel. Sie sollte verschwinden. Dafür tun wir erstmal die ganze Gleichung quadrieren. Damit ist sie auf der linken Seite auf jeden Fall weg. Haben wir ln von 1 minus x ist gleich e hoch 2. Und entsprechend können wir diese Gleichung dann exponieren, damit ln verschwindet. Somit haben wir 1 minus x ist gleich e hoch e hoch 2. Nicht Erschrecken von dieser Schreibweise. e hoch 2 oben Exponenten ist einfach eine Zahl. So müsstet ihr das, müsst ihr auch das entsprechend behandeln. So, dann wollen wir natürlich nach x umformen. Also, ich bringe die 1 mit minus 1 rüber. Dann habe ich entsprechend minus x ist gleich e hoch e hoch 2 minus 1. Und dann nochmal das ganze mal minus 1, damit das x auf der linken Seite sauber steht. Dann haben wir minus e hoch e hoch 2 und am Ende noch plus 1. Gut, damit ihr diese Lösung einschätzen könnt, beziehungsweise ob diese Lösung in unserem Definitionsbereich liegt, sollte man einen Taschenrechner benutzen und das habe ich jetzt auch gemacht. Es kommen ungefähr minus 1617,2 raus. Ja, diese Lösung liegt tatsächlich in diesem Definitionsbereich, also alles Bestens. Und zum Schluss noch eine Aufgabe, die man eventuell als schwer oder schwieriger bezeichnen kann. Also, wir haben jetzt diese Gleichung hier. Und wir legen natürlich gleich los mit der Definitionsmenge. Die ist nicht besonders. Egal, in welchem Logarithmus man schaut, die Voraussetzungen, dass sie existieren, liegt bei der Tatsache, dass das x positiv sein muss. Und deshalb, d ist gleich wieder r+. Deshalb kümmern wir uns jetzt um die Lösung dieser Gleichung. Die Gleichung sieht beim ersten Blick zugegeben nicht so schön aus. Allerdings, wenn ihr euch ein bisschen an eine bestimmte Logarithmusregel erinnert, die blende ich jetzt nochmal auf der rechten Seite ein, dass man aus einer Differenz von Logarithmen einen Quotienten bilden kann, dann vereinfacht diese Formel diese Gleichung eigentlich erheblich. Also, wenn ich das Ganze hier anwende und daraus einen Quotienten bilde, dann haben wir praktisch ln von 1 durch x und das Ganze nochmal durch x soll 4 sein. Na ja, klar, sieht dieser Doppelbruch jetzt nicht wunderschön aus, deshalb können wir es ja auch zusammenfassen. Das ist dann ln von 1 durch x² soll gleich 4 sein. Und dann können wir an dieser Stelle in Ruhe exponieren. Somit haben wir dann nur noch 1 durch x². ist das gleiche wie e hoch 4. Und diese Gleichung müssen wir jetzt nur nach x umstellen. Zuerst könnten wir das x² auf der anderen Seite bringen, mit mal x². Entsprechend hätten wir dann 1 ist gleich e hoch 4 mal x². Dann natürlich geteilt durch e hoch 4. Also 1 durch e hoch 4 ist gleich x hoch 2. Und am Ende noch die Wurzel ziehen. Und damit hätten wir als erste Lösung, na ja, Wurzel aus 1 ist 1 und Wurzel aus e hoch 4 sind natürlich e hoch 2. Und natürlich als zweite Lösung minus 1 durch e hoch 2. Aber, wenn ihr jetzt euren Definitionsbereich betrachtet, dann merkt ihr schnell, dass die negative Lösung nichts zu suchen hat, hier in dieser Lösungsmenge. Deshalb ist das hier 1 durch e hoch 2 unsere einzige Lösung für diese Gleichung. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die eventuell hilfreich sein könnten. Wie ihr bemerkt habt, müsst ihr auch Terme vereinfachen mit Hilfe von Logarithmusregeln. Dann, das Lösen von Exponentialgleichungen gehört ebenfalls dazu. Sowie Umkehrfunktionen ihrer Eigenschaften. Die Ableitung der Lernfunktion wäre noch wichtig. Sowie die logarithmische Integration, also Stammfunktionen bilden mit Hilfe der Lernfunktion. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht. Ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts.